Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes of the Storm, diesmal mit Tyrae. In der Tat, oh ja. Und dann gehe ich machen. So, ich möchte natürlich Böses vertreiben, weil Niederstrecken erstens mehr Schaden macht, als Eloins macht und zweitens eine geringere Abklingzeit hat. Alles andere macht keinen Sinn dazu. Im Gegensatz dazu macht keinen Sinn. Bin ich schon wieder alleine auf der Lane? Ach, ich hasse es. Da bräuchte ich einen Spezialisten, um alleine auf die Lane zu gehen. Wobei, Rega kommt. Vielleicht kann Rega was. Man weiß es nicht. Auch ein Tyrael. Endlich. Eine Mirror Lane. Tyrael gegen Rega. Rega gegen Tyrael. Okay. Die Ewigkeit. Okay. Ich danke. So haben wir so wenig Leben. Gehen wir her. Na gut, warte jetzt. Schon bald ist es nacht. Ich hoffe, dass wir nicht mehr haben. Ich hoffe, ihr seid bereit. Zeigt mir den Weg. Wieso? Was hat er gemacht? Und wie kann man das machen? Warum lag das gerade so? Nein! Ich war da gerade... Das seht ihr auch, oder? Ich habe jetzt gerade mal 13 Frames. Nein! Jetzt irgend so ein hinterlistiges Stück Code, da wir die Leitung versauen. Ich muss wandeln. Hm? Wer? Wo? Was? Wähle ein Tanek. Ah, gut. Stirb! Dann stirb du! Irgendwann musst du sterben. Ah, jetzt sind die Frames wieder normal, komischerweise. Das ist mal kurios. Oh oh. Du bist erneut gestorben. Ich hab keine Ahnung, warum das lag. Na gut. So, mach mal Niederstrecken besser. Wird niemals enden. In der Tat. Na gut, holen wir uns das. Ich schau gerade auf die Map, falls ihr euch wundert, warum ich nicht das Bild verrücke. Ah, der Morgendämmert, Helden. Dann machen wir, Warland hat gerade runtergehauen und die ist schon wieder hochgeheilt. Krass. Ach, bei denen wächst das Viech. Wir haben die Zagara, okay. Deswegen kommen die Pestbeulen von uns. Und hat bereits ein Ungeheuer. Und hat bereits ein Ungeheuer. Nö, 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 nö. Und die Zagara pusht natürlich gut. Okay. Unsere Zeit. Missed. 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 Aua, net body blocken. Puh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich bin nicht tot. Bin nicht tot. Ja, der Schild soll danach explodieren. Das ist gut. Exzellent. Das gegnerische Ungeheuer ist nun nichts weiter als verdorrte Blätter. Ja, aber das war nicht gut. Ohne zu zögern. Warum hält keiner die Zagara dort unten auf? Die pusht hier ohne Skruple einfach weiter. Bleibt standhaft. So, warum nicht? Die Nacht bricht erneut herein. Bald schon werden sich meine Diener wieder erheben. Die Ewigkeit erwartet uns. So, haben wir hier einen kleinen Minion-Push? Haben wir hier... Ja. Keine Ahnung. Wir pushen die Gegner hart. Oh ja, die haben schuldig. Oh ja, die haben schuldig. Wie lange ihr noch könnt. Uh, danke. Irgendermaßen hat mich da rausgeschwubst. Wir werden hier zerfetzt. ich muss handeln verflucht läuft dann die falsche richtung null focus Ich danke euch, Heiner. Gut, mehr Dünger. Ja, wir brauchen jetzt auch mal eins. Komm schon! Ja, die haben halt einen Monster auf der Seite. Das ist schon eine Nummer. Hat die Möglichkeit, dass das neutrale Monster getötet wird für die Gegner? Oh Gott, das ist so. Duh. 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 Darf ich aber nix machen. Ihr habt einen vor Verloren Helden. Zeigt mir den Weg. Duh. Okay, das war eine kleine Ausbildung. Sehr gut, ich habe sie gejagt. Ich bin ein bisschen konzentriert zur Zeit. Muss man zugeben? Ja, Mist nicht, ja? Ja, wenn er keinen Mahner mehr hat, ist es schlecht. Ja, ein guter Tipp. Alle drei Lanes attackieren. Wenn man der Terror ist. Ich habe physische Gestalt angenommen. Wo ist das Team? Die haben doch gesehen, wo der Gegner ist. Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Seid ihr bereit, euch zu verhüben? So, wieder das Battle. Mir geht es besser. Gute Arbeit. Zeig, wie sie geht. So, das hat dir gefallen. Voila. Voila. Warum hast du nicht aufgepasst? Die hätte man nie ermetzeln können. Die Ewigkeit erwartet uns. Nun, brennt ihr? Komm. Achso. In der Nacht. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Endlich. Oh, das war wohl Pessl. Staffelkill. Na, geht doch. Der wird zukünftig die Radieschen von unten. Was für ein Gemetzel. Verstanden. Blut raus. So, und jetzt müssen wir das Viechern. Was für ein Gemetzel. Was für ein Gemetzel. Oh, Pessl. Ah, ein Heintuchen. Sehr gut, Rega. Zagara. Zagara pusht weiterhin und wir sollten auch noch dort unten. Schnell. Schnell. Ah, wobei. Okay. Hervorragend. Macht euch auf den Weg und reißt sie vor aus euren Gegnern. Sehr schön. Wir haben jetzt einen Garten Terror. noch genug, um nochmal einen zu bekommen. Die Sonne geht auf. Für den Apfelweg müssen meine Kinder rauchen. Sie bleibt standhaft. Tja, ich bin doof. Was macht denn die Pflanze? Greif dran. Wir beschäftigen sie doch gerade so gut. Na gut. Fokus hatte ich jetzt aber wirklich keinen. Ich bin einfach rein. In der Tank. Ja, da rein. Da rein. Da rein. Nein, das reicht doch gar nicht. Na gut. Mehr als nichts. Besser als nichts, kann man schon mal sagen. Oh, jetzt muss man aufpassen. Der Gegner erreicht vor uns Level 20. Die Ewigkeit erwartet uns. Bisschen zu spät gekommen. Oh ja. Da war ja was. Wir haben ja noch eins. Fies. So, nutzen wir das Ungeheuer, um ein bisschen weiter zu pushen. Ich werde in Ruhe gelassen. Das ist so schön. Warte, ich bin wieder weg. Ich will wieder weg sein. So, dann gehen wir mal hier runter. Weg bin ich. Oder auch nicht. Boah, die haben beide geflasht. Ich will mich wiederbeleben. Ja, trotzdem, Push war ganz in Ordnung. Ähm. Abklingt Zeit. Fehler in Talen. Ähm. Das wäre jetzt besser gewesen. Machen wir als nächstes. Lieber sofortige Wiederbelebung. Okay. Oh, das läuft gut. Das läuft gut. Wir haben es umgerissen. Wir haben es umgerissen. Gerade sind wir wieder am... Vorne dran. Die sind gerade bloß zu dritt. Aber die müssen aufpassen. Aber die müssen aufpassen. Wird niemals enden. Oh, voilà. Oh, 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 oh. Terror will be yours. Ich muss. Deine Kraft ist zurückgegangen. Okay. It is time to harvest. Bring my terror to life. Euer Ungeheuer lebt. Erde die Leichen eurer Gegner. Zeige. Uah. Shit. Aber ich bin wieder da. Die Gerechtigkeit tritt zu Tage. Und werde sofort unser Ungeheuer unterstützen. Endlich. Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht überlebt. Erbaulich. Festung zerstört. Ja. Euer Gegner hat ein Ungeheuer gezüchtet. Sie sich mich hier jetzt jagen. Hopp. Wechseln die Minions wenigstens. Wird hier weiter gepusht. Ist doch auch schon mal was. Euer Ungeheuer ist nur noch Kompass. Oh, das sieht gut aus. Ihr habt das giebische Ungeheuer. Ja, das sieht echt gut aus. Nein, jetzt kommt Vala zurück. Und tötet unseren Räger. Oder auch nicht. Mist. Fuck, ist die schnell hochgeheilt. Ich muss handeln. Ich danke euch. Ohne zu zögern. Ohne zu zögern. Die Nacht bricht erneut, Karajan. Na gut. Bald schon werden sich meine Diener wieder enthüben. Ohne zu zögern. Ja. Ohne zu zögern. Ohne zu zögern. Sie haben sich erneut erhoben. Befreit meine Samen! Sehr schön. Und der Nächste, bitte. Komm, nimm mal ran. Egal. Wir haben einen guten Posch hier gerade. Das müsste es gewesen sein. Und das ist der Sieg. Der Sieg! Wir haben es gedreht. So, Surrender. Ja, ja. Da wollte er einen aufgeben. Ich war auch teilweise demotiviert, weil wenn die schon so früh immer anfangen, so mit aufgeben zu reden, naja, da verliert man gleich die Lust an dem Spiel. Aber hat auch noch am Ende geklappt. Unser Glück war, dass wir halt einmal genug Samen hatten, um zweimal hintereinander ein Monster zu machen. Das hat die Gegner gut abgelenkt und uns den nötigen Schritt zurück ins Spiel gebracht. Na gut. Tyrael. Ja, ja, Tyrael. Man kann sagen, was man über was man will. Was ihm fehlt, ist unbedingt das Talent, das nur noch halben Schaden von gegnerischen Helden bekommt. Das wäre ziemlich geil, weil als Initiator so immer rein in die Menge reinspringen und einfach irgendwie Damage machen und tanken, das würde mit der Fähigkeit sehr gut laufen. Hat aber leider nicht zur Auswahl. Na gut. Egal. Vielen Dank fürs Zusehen, like mir den nicht vergessen und ciao, bis zum nächsten Mal.